Hier ist er, der deutsche Leopardpanzer in Moskau, im Park des Sieges, erbeutet in der Ukraine von Russland. Und es ist doch sehr traurig, dass in diesem speziellen Park, der zu Ehren des Sieges über den deutschen Faschismus gegründet wurde, wieder einmal deutsche frische Technik stehen muss. Ich möchte von Frau zu Frau ein Hallo ausrichten an die deutschen Kriegstreiberinnen, Frau Strack-Zimmermann, Frau Baerbock, Frau Ursula von der Leyen. Sie mögen doch bitte einmal überdenken, ob Sie wirklich so viel Geld zahlen möchten für die Straßendekoration Moskaus oder ob Sie dieses Geld nicht vielleicht doch lieber verwenden für Deutschland, wo es doch dringend benötigt wird zu dieser Zeit.